Body & Soul Harmony Ihr Zentrum für energetische Beratungen im 8. Wiener Gemeindebezirk. Hier finden Sie ein umfangreiches Angebot an kombinierbaren Therapieformen. Im Salzpalast erleben Sie Tiefenentspannung und finden Linderung bei Atemwegserkrankungen und Hautproblemen. Ein märchenhaftes Ambiente und das einzigartige Mikro-Klima bietet für die Atemschule, für Meditationen, energetische Seminare und Veranstaltungen die optimale Umgebung. Flexible Terminvereinbarung für Kinderstunden gewährleistet Erholung für alle. Körperkerzen können Blockaden lösen und den Energiefluss fördern und ausgleichen. Radionik und Color Tuning sind computerunterstützte energetische Messungen. Die individuell auf Sie und Ihre persönlichen Themen abgestimmt und mittels ganzheitlichen Informationsessenzen ausgeglichen werden. Super Tuning ist eine neuartige Farblichttherapie, die über Handpads und spezielle Lampe die Zellen informiert und so Ihre Selbstheilungskräfte aktiviert. Hochwertige Salzprodukte für zu Hause und Gutscheine zum Verschenken runden unser Wohlfühlangebot ab. Urlaub war gestern. Salzpalast ist immer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.